Herr Neisser, Sie kandidieren bei den Landtagswahlen 2020 im Burgenland für das Bündnis Liste Burgenland. Warum? Dafür gibt es mehrere Entscheidungen. Erstens war er immerhin jahrelang tätig für die FPÖ. Und zweitens konnte die Meinung nie so frei entfalten, wie sie jetzt kann. Es gibt nicht diesen Klubzwang. Wir sind beim LBL jetzt ein Verein. Jeder hat seine eigenen Meinungen. Wir müssen nicht sagen, dass wir nicht genauso streiten. Aber wir kommen immer wieder auf einen Punkt zusammen und der Zusammenhalt zwischen uns ist schon wesentlich größer. Das heißt, der Unterschied zu anderen Parteien ist, dass die Meinungen nicht vorgegeben werden und sie die dann vertreten müssen? Nein, überhaupt nicht. Natürlich werden Meinungen vorgegeben, Ideen vorgegeben, Lösungen vorgeschlagen. Aber wir diskutieren eigentlich über alles. Also kein Zwang dann? Nein, auf gar keinen Fall. Untertitelung. BR 2018